Google hat eine Warnung herausgegeben, dass der Google Chrome Browser als auch der Firefox Browser ein großes Sicherheitsleck haben. Deswegen muss man sie updaten. Wie wird der Chrome Browser aktualisiert auf das neueste Update? Man geht hier oben auf dieses Punkt Punkt Punkt. Dann geht man hier auf Hilfe über Google Chrome und da ist hier dieser große Bereich drin. Wenn man es aktualisieren muss, steht hier dann aktualisieren dran. Wie macht man es beim Firefox? Bei Firefox geht man auf diese Einstellungsleiste, geht auf Wammers Einstellungen, immer muss man suchen. Hier ist die Einstellungen. Einstellungen, dann sagt er Updates und dann findet er diese Updates und jetzt kann man die Updates Chronik anzeigen lassen. Man kann aber auch hier nach Updates suchen machen und dann sagt er ja Firefox ist aktuell und im Hintergrund sollte man einstellen Updates automatisch zu installieren ist empfohlen. Das sind die zwei Browser, die sollte man momentan im Januar 2021 auf jeden Fall aktualisieren.